Yo Leute, was geht ab jetzt? Ich komme zu einem neuen Reaction Video. Endlich habe ich mal die Zeit dafür und die Möglichkeit, das alles hier aufzudämmen, denn woran lag es? Ja, ich habe einen neuen Laptop bekommen von meinem Vater, den habe ich jetzt hauptsächlich benutzt, deswegen da hing jetzt auch der zweite Monitor bisher noch dran, ja, das hat alles ein bisschen unüberdacht geplant gewesen, ja, aber jetzt bin ich hier, jetzt sitze ich hier, wir gehen rein in Straight Out von AngelPain und YouTube. Let's go. 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 Ich glaube Freitag, kann es sein, dass ihr es heute noch schon seht. Falls nicht, wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche oder einen entspannenden Freitag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.